Also ganz genau 19 Uhr. Also wenn die Uhrzeit stimmt auf deinem Laptop. Die stimmt. Die Laptop-Uhrzeit, die stimmt immer. Meine Armbanduhr-Uhrzeit, die stimmt nicht so ganz. Und deine geht ja auch vor. Es ist 19 Uhr. Herzlich willkommen zur Tagesschau. Ja, nicht ganz. Wir warten noch einen kleinen Moment, bis wir dann hier auch loslegen. Vielleicht guckt ja jemand zu. Obwohl ich heute gar keine Veranstaltung erstellt habe, ist mir aufgefallen. Da kam ich dann wohl nicht zu, vor lauter Lockdown-Alternativprogramm hier im Laden. Ja, ihr Lieben, 19 Uhr Mittwochabend. Herzlich willkommen zur Kinderkram-TV, Triers beliebteste Shopping-Sendung, weil der einzigen. Live aus der Saarstraße 21 in unserem schönen Trier, in dem gerade eben irgendwie wahnsinnig viele Sirenen wieder gingen. Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei. Irgendwie zuckt man dann so ein bisschen erst mal zusammen. Aber wird bestimmt alles gut sein. Wir gehen jetzt auf Sendung, gewohnt wie immer, im Lockdown. Ich weiß gar nicht, die wievielte Sendung nach dem Lockdown jetzt ist. Ich meine, im zweiten Lockdown jetzt die dritte. Ist ja schon insgesamt unser zweiter Lockdown in den anderthalb Jahren, in dem es den Laden jetzt gibt. Ja, aber nützt ja nichts. Wir sind da und ihr seid da und das ist eine gute Kombination. Und das merke ich auch jeden Tag, wenn ihr mir irgendwie WhatsApp schickt und irgendwelche Sachen bestellt und die dann auch eben an der Tür abholen kommt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, Lockdown. Es wird irgendwie nicht weniger und anscheinend soll es auch eine Verlängerung des Lockdowns geben. Sagt Mutter. Ich habe, wenn ich jetzt im Laden bin, momentan immer das Radio aus. Erstens höre ich dann besser, wenn jemand an der Tür klopft. Und zweitens kommt da eh wenig Gutes. Also dachte ich, konzentriere ich mich mal auf meine Arbeit und mache eure Bestellungen. Und was dann so wichtig in der Welt passiert, kann man sich ja dann abends in den Tagesthemen angucken. Aber auch da ist ja wenig Positives zu vermerken. Ich weiß, dass viele Kinder aktuell zu Hause sind und nicht in den Kindergarten dürfen. Denn das Land Rheinland-Pfalz hat ja nochmal dazu aufgerufen, die Kinder nur in absoluten Notsituationen zu bringen. Ja, wenn Mutter und Vater arbeiten oder im Homeoffice sind, ist keine Notsituation anscheinend. Da soll ja dann die Kinderbetreuung funktionieren. Man ist ja schon daheim, dann kann man sich ja auch um Kind kümmern. Ist ja quasi wie Wochenende, nur noch mit ein bisschen was am Laptop machen oder so. Also ich habe nicht mal eine E-Mail am Stück zu schreiben, wenn Jale da ist. Also bei mir ist da permanent eine Notsituation eigentlich, wenn ich versuche zu arbeiten und Jale ist da. Aber dennoch sollen die Kinder ja zu Hause betreut werden. Und deswegen möchte ich eigentlich heute Abend mal damit beginnen, euch ein bisschen Zuspruch und Kraft zu schicken. Weil ich weiß, dass das für viele Eltern und nicht nur die Mütter, sondern eben auch die Väter zum Teil eine unglaublich große Belastung ist. Homeoffice und Kinder und Haushalt und sich selbst irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und ich glaube, dass ihr das alle ganz, ganz toll macht und dass ihr mit Sicherheit jeden Tag irgendwie an eure Grenzen geht und über euch hinaus wachst. Und ich möchte einfach euch ein bisschen Kraft auf den Weg schicken und auch nochmal euch dazu ermutigen, auch an euch selbst zu denken. Ja, fängt jetzt irgendwie komisch an hier mit so Psycho-Zeugs, aber gönnt euch mal was. Sagt mal hier, komm Schatz, jetzt mal du alleine Kinder, mal eine Folge Tilde Apfelkern gucken und ich gehe mal eine Runde baden oder so. Weil das ist, Eltern sein ist ja schön, aber plötzlich Arbeit und Kinderbetreuung gleichzeitig. Ich glaube, da kommt man wirklich an seine Grenzen. Und was man da als Eltern leistet, ich glaube, das ist von vielen, der vor allem nicht in der Situation ist, kann man das gar nicht richtig einschätzen und wird dann vielleicht auch so ein bisschen eher belächelt. Ich habe da schon Gespräche mitbekommen. Das waren dann irgendwie so zwei Rentner, die sich dann darüber lustig gemacht haben im Park. Was denn vier Mütter für ein Problem hätten? Kinder aufpassen, arbeiten. Ja, hätten ja keine Kinder kriegen müssen oder was auch immer. Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Also ich hoffe, dass wir das alle gut durchstehen und dass wir uns selbst eben dabei nicht vergessen. Gönnt euch ein Bad, macht euch mal die Nägel, schließt das Bad mal zu, Fußnägel schneiden ab und zu ist auch ganz schön. Ja, ich weiß, duschen und einkaufen sind eigentlich keine Quality Time, aber wenn man die Sachen alleine machen kann, tut es einfach gut. Manchmal, wenn ich einkaufen gehe und dann nach Hause komme, bleibe ich noch im Auto sitzen und höre ein bisschen Musik, bevor ich reingehe und einfach nochmal tief durchatmen. Weil alleine zu sein ist in diesen Zeiten einfach ein rares Gut, manchmal. Es sei denn, man hat natürlich die Lage wie ich und man ist auch tagsüber natürlich ein bisschen im Laden und man weiß, dass das Kind gut betreut ist. Ja, aber wie gesagt, vergesst euch bei dem Ganzen nicht. So, was gibt es hier heute? Ich habe, denn, damit es im Homeoffice ein bisschen besser läuft, euch ein paar Spielsachen bereitgestellt und ein paar Bücher. Die stehen da im Hintergrund. Da gucken wir gleich mal. Vielleicht ist da die eine oder andere Sache dabei, die eure Kinder ein bisschen beschäftigt. Ein schönes Buch, ein schönes Spiel, was man alleine spielen kann. Im besten Fall mit vorhandenen Geschwistern. Da tun mir auch alle Einzelkinder leid, meins inbegriffen, die dann auch zu Hause niemanden haben, mit dem sie spielen können. Aber kann deswegen auch nicht streiten und das ist wiederum gut für die Nerven der Eltern. Ach ja, was raschelt denn da? Apropos Eltern. Mutter macht jetzt Händervis aufmerksam. Mutter ist da. Mutter. Heute steht sie mal hinten an der Theke, weil sie arbeitet halt einfach gerne im Stehen und hat da ein bisschen Abwechslung. Und Mutter macht Etsy. Gewohnt zuverlässig, untergriebig, aber auch gewohnt laut. Also nicht wundern, die sind keine Marder in der Decke. Das ist die Mutter. Betagelt auch nichts. Mutter packt Etsy-Päckchen. Ja, also ich zeige euch heute ein paar Spielsachen. Außerdem gibt es jetzt eigentlich täglich, so oft wie möglich, habe ich mir überlegt, kurze drei Minuten aus dem Laden Videos zu machen. Und zwar seht ihr darin immer die schönste Kleidung einer Größe. Das sind kurze Videos, die lade ich dann auf Facebook und auf Instagram in die Story hoch, beziehungsweise auf der Seite hoch. Die könnt ihr euch dann so oft angucken, wie ihr möchtet. Außerdem haben wir angefangen, auf einer Tafel Produkte hinzuhängen, zu beschriften, was das ist, Fotos zu machen und die ebenfalls in Alben zu laden. Damit ihr euch die eben auf Facebook so oft wie ihr möchtet angucken könnt und darüber vielleicht was findet, was euch gefällt. Und das ihr kaufen möchtet, worüber ich mich wiederum sehr freue. Denn wie ihr wisst, ist gerade Wintersale. Es gibt 20% auf alle Bekleidung. Also guckt mal, es lohnt sich. Da sind ein paar sehr schöne Schätzchen dabei. Ich weiß, die Lösungen sind optimal. Hier mit so Fotos hochladen, die ein bisschen unscharf sind und man kann es nicht so richtig erkennen. Wenn euch was gefällt, Regel wie immer, schickt mir eine WhatsApp, egal ob in diesem Video, egal ob nachher bei Facebook irgendwo ein Bild auftaucht mit was. Schickt uns eine WhatsApp an 0651 56 127 689. Die Nummer könnte ich nochmal eintippen. Und weil mir diese Lösung mit diesem Fotos hochladen eben auch noch nicht reicht, gibt es eine gute Nachricht. Wir arbeiten gerade an einem Online-Shop. Ja, ich merke, die Begeisterung ist grenzenlos. Also wir möchten auf unserer Homepage eben einen Online-Shop verknüpfen, wo dann eben die schönsten Sachen aus dem Laden im Second-Hand-Bereich auch hochgeladen werden. Und die könnt ihr dann ganz einfach Shop-System klicken, bezahlen, ist alles schon vorgemerkt. Zack. Und dann gehen die Sachen zu euch, werden dann verschickt oder wie auch immer. So, das machen wir jetzt. Da fliegen hier auch schon die Herzchen hoch und die Daumen nach oben. Das ist bestimmt der Gunnar. Ja, danke Gunnar und an alle anderen, die das befürworten und die mich da ein bisschen unterstützen, weil mit Technik und so ist ein bisschen schwierig. Was es aktuell nicht im Online-Shop gibt, aber was natürlich einfacher zu verkaufen ist, ist natürlich die Neuware. Die zeige ich euch auch gleich. Denn wir haben natürlich von Kids Depot einiges da. Morgen gibt es eine neue Kids Depot-Lieferung. Nächste Woche kommt ebenfalls eine neue Kids Depot-Lieferung. Und Ende dieser Woche kommt die erste Lieferung von Tapie Petit. Französisch, wie ihr vielleicht hört. Bedeutet Teppich klein, also kleiner Teppich. Ich habe ein neues Label gefunden mit wunderschönen Teppichen. Und die möchte ich eben gerne hier in unser Sortiment aufnehmen. Habe jetzt mal die erste Bestellung getätigt. Und die kommt hoffentlich Ende der Woche bereits. Und dann zeige ich euch, was es da Neues gibt. Auch ein paar Teppiche, die ein bisschen größer sind. Da ist ein Dino-Teppich dabei. Mal was richtig so fürs Jungszimmer und ein Hai. Und was Flauschig gibt, was man sich aber auch schön ins Wohnzimmer und sonst wo hinlegen kann. Also die auch mir persönlich so für meinen Einrichtungsgeschmack gefallen. Ich hoffe, sie gefallen euch auch. Ich schaffe es hoffentlich morgen, euch das Label noch ein bisschen vorzustellen. Dann könnt ihr noch ein paar Bilder sehen. Ihr findet die Marke aber auch schon bei Instagram oder eben auf deren Homepage. Tapie Pütti. So, das habe ich. Also, moin Kitzipo, nächste Woche Kitzipo, diese Woche Pütti, Tapie. Und was dann sonst noch kommt an neuen Marken dieses Jahr, da kommt nämlich noch was, werde ich euch nach und nach zeigen. Ich möchte am Secondhand-Konzept unbedingt festhalten. Secondhand ist mir sehr, sehr wichtig. Ich weiß nur, wir müssen noch akribisch an der Warenannahme sein. Wir müssen wirklich schauen, dass wir nur die schönsten, tollsten Sachen hier im Laden haben, die euch gut gefallen. Und ich merke natürlich, in so Zeiten wie gerade mit so einem Lockdown ist es halt schwierig, Secondhand zu verkaufen, weil es eben alles Einzelstücke sind. Und wenn man so einen Teppich im Laden hat und den gleich fünfmal, lädt man den einmal hoch und hat ihn fünfmal verkauft im besten Fall. Ist halt ein bisschen einfacher. So, es plappert und plappert. Abrube Teppiche. Vielleicht seid ihr auch gerade zu Hause im Umgestalten und sagt, Mensch, wenn wir schon eine ganze Zeit daheim sind, hier könnte man mal was ändern. Das Ding müffelt. Die Wandfarbe ist kacke. Und die Kinder passen auch nicht mehr ins Babybett. Wir müssen mal was verändern. Vielleicht gibt es ja auch Labels, die ihr euch wünscht. Dürft ihr mir natürlich gerne immer zukommen lassen, wenn ihr da schöne Ideen habt. Ich bin immer offen für Ideen und Labels. Und wie gesagt, habe ich noch so ein paar Sachen im Hinterkopf, die ich gerne dieses Jahr angehen möchte und von denen, ich glaube, dass sie zu uns passen. Auch so ein bisschen Spielzeug, was ein bisschen größer ist. Aus Holz. Ja, sage ich jetzt, mehr nicht abwarten. So, jetzt kommt unten die Frage, ob wir dann auch liefern. Warum nicht? Also, wenn wir einen Online-Shop haben, ist es ja in der Regel so, man kann dann einfach klicken und dann gibt man seine Bankdaten und dann überweist man ganz einfach. Und es wäre natürlich super, denn die meisten meiner Kunden stammen doch aus der Region, dass man dann vielleicht auch eben einen Lieferservice anbietet. Ja, nehme ich mal mit rein in die Planung. Liefern oder Versand. Liefern, am besten mit dem Fahrrad, im Stadtgebiet, wäre natürlich auch sehr umweltfreundlich. Das müsste meiner Mutter doch gefallen, wenn ich sowas sage. Das höre ich sehr, sehr gerne. Mutter, ich würde Sport machen. Wie klingt das? Wunderbar. Ja, also eine Lieferung im Stadtgebiet, könnte man tatsächlich wirklich drüber nachdenken und mal schauen, wie sich das realisieren lässt. Ja, so, hier ist gerade ein trauriges Smiley hochgeflogen. Ich hoffe, das war jetzt versehen. Ich mache Sport, jemand ist traurig. Ja, ich bleibe natürlich so. Ich bin, also, so wie Sport ist ja alles abmager oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, bitte, damit die mal in Bewegung kommt. Die sitzt zu viel. Ich bin in Bewegung, Mutter. Ich renne den ganzen Tag von hinten nach vorne und bringe hier Sachen zur Tür. Ja. Hier wohnt jemand hinter Bitburg und er würde gerne öfter bestellen. Danke. Diesen Zuspruch brauche ich tatsächlich, wenn es um so Entscheidungen geht und es darum geht, was zu verändern. Ich verändere sehr gerne. Ich räume den Laden auch gerne um. Aber so technische Dinge, da bin ich nicht so ganz vorne mit dabei. Also, Online-Shop ist für mich komplett neues Terrain. Da bekomme ich aber Unterstützung, Gott sei Dank. Und wir gehen das jetzt mal an. Vor allem, wenn der Lockdown auch wirklich verlängert werden sollte. Und vielleicht war es ja auch nicht der letzte. Das hier ist schön, das funktioniert ja auch wirklich mit dem WhatsApp-Bestellen, weil ihr das einfach gut annehmt und auch akzeptiert, wenn es mal länger dauert, bis ihr irgendwie ein Foto bekommt oder bis ich das Produkt rausgesucht habe, was euch gefällt. Aber so ein Online-Shop wäre vielleicht für alle irgendwie einfacher. Ja, gut. Also, ich bin offen für Ideen, was Marken angeht und woran ihr Interesse habt. Und wir arbeiten am Online-Shop. Und es gibt eben Ende der Woche ein neues Teppich-Label bei uns. Eine kleine holländische Marke, die aber wirklich auch auf Mitarbeiterschutz setzt in den Ländern, wo die Teppiche produziert werden. Das ist ihnen wichtig. Das ist auch eine Mutter, die dieses Label gegründet hat. Und gucken wir mal, ob es euch gefällt. Mir gefallen sie gut. Wenn sie denn echt genauso gut aussehen wie auf den Fotos, dann wird das gut. Ich und Tapie Pütti und ihr. So, was habe ich noch? Drei Minuten Videos habe ich erzählt. Online-Shop habe ich erzählt. Ja, das war's. Ich würde sagen, wir legen los, oder? Es plappert und plappert. Das kann ja nur die Anni sein. Und deswegen stehe ich jetzt mal auf, höre auf zu plappern, drehe mein Handy um und schlage vor. Ich zeige euch mal ein paar Bücher und ein paar Spiele. Und als allererstes doch nochmal, da wartet ihr doch den ganzen Abend drauf, die Mutter. Mutter trägt Schal und man kann dein T-Shirt gar nicht sehen. Bist du's überhaupt? Ja, es ist sehr kalt. Ich bin's, ja. Aber irgendwie ist es kalt hier im Laden. Ich würde ja jetzt sagen, da schafft ich warm. Ich schaffe mich warm. Da bin ich so frisch. Also, wenn es was gibt, was mit Bewegung zu tun hat, hier im Laden, dann kann ich dich immer nach vorne und hinten schicken. So, da steht eine Flasche Rotwein im Hintergrund. Ist irgendwie auch komisch, ne? Die ist aber nicht von mir. Nein, von mir auch nicht. Die habe ich mal geschenkt gekriegt. Vielleicht, wenn man denkt, das würde helfen. Nein, in diesen Zeiten, das hilft auch kein Alkohol. Das macht das ein bisschen einfacher, aber helfen tut das natürlich nicht. Und ich trinke auch gar nichts. Ich habe kein Säckglas in der Hand. Super, oder? So, Bücher. Wir legen direkt mal los. Also, wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen was vorbereitet. So. Und zwar, was haben wir denn? Conny. Übrigens, hier gibt es überall natürlich 10% drauf. Auf Spiele und auf die ganzen Second-Tent-Sachen gibt es 10%. Wie auf den Rest im Laden, also die Neuware von Kids Depot, Bloomingville, Engel, da gehen ja auch 10% ab. Bei der Winterbekleidung sind es 20%. Ja, gucken wir doch mal, was wir haben. Also, Conny und Anton, da haben wir noch ein Buch vom Krüffelow. Dann was zum Thema. Hurra, mein Geschwisterchen. Weil im Lockdown werden ja mehr Kinder. Also, ne? Hurra, mein Geschwisterchen. Dann kann man schon mal die anderen drauf vorbereiten. Da gibt es übrigens auch ein schönes Buch zu. Und zwar, wenn ein drittes Kind kommt. Luise und Max bekommen ein Geschwisterchen. Zu dem Thema gibt es nämlich eher selten Bücher. Normalerweise geht es dann immer nur um ein zweites Kind. Direkt passend noch dazu, unser Baby. So, was haben wir noch? Wenn du es kannst, können wir es beide. Das ist ein Buch über Freundschaft, habe ich gelesen. Gefällt mir gut. Deswegen dachte ich, ich zeige es euch mal. Ja. So, mit so zwei kleinen Hasen und so. Und dann, was haben wir noch? Hier ist was von Lego unter Wasser. Entdecke die Welt mit Lego-Minifiguren und irgendwas mit Lego-Movie. Ja, Homeschooling. Eins, zwei, drei. Das kannst du schon. Ideen zur Rechenförderung. Kinder zu beschäftigen. Erstes Zeichnen für Kinder ab drei. Dann was zum Schreiben. Der kleine Bär entdeckt das Schreiben. So, hier kommen jetzt Bücher, die Reihen. Sind eigentlich Reihen, also für ein bisschen größere Kinder. Da haben wir noch eins von Lotterleben. Dann haben wir den magischen Blumenladen. Zweimal. Die wilden Hühner. Zweimal. Das No Jungs. Zutritt nur für Hexen. Davon haben wir drei. Da. Nele und die neue Klasse. Von Nele gibt es ebenfalls, nein, sogar vier Bücher. Fragen zu Preisen und was auch immer. Schreibt mir einfach eine WhatsApp 065156127. Maluna Monschein gibt es noch zweimal. Und mein rätselhafter Freund fand ich irgendwie nett. Und zum Schluss noch Tom Gates. Davon gibt es insgesamt drei. So, was haben wir noch? Wer viel fragt, weiß mehr. Geschichten geben Antworten auf Kinderfragen. Wie spiegelt hier so ein bisschen das Licht? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Dann Fuchs und Gans fand ich auch süß. Winzig sucht die Elefanten. Hier oben ist noch was von wieso, weshalb, warum. Wenn es dunkel wird. Zähne putzen, Pipi machen. Und ein Tiptoi-Buch Bauernhof. Und dann gibt es noch die Schule und ich. Und das ist ab elf Jahren, steht hinten drauf. So, wenn wir schon gerade beim Thema Homeschooling sind. Ja, okay. Also ist jetzt nicht wirklich Homeschooling. Hallo, spielen wir zusammen mit Philipp-Prinzessin. Ja, schön. Unzählige unterhaltsame Aktivitäten. Zähne ein Spiel auf. Genau, unzählige unterhaltsame Aktivitäten. Hoffentlich fürs Kind. Damit es da ein bisschen, ja. Also ist auch Thema, ne. Finde Buchstaben oder Zahlen. Also schon so ein bisschen Lerncomputer, würde ich sagen. Deswegen zeige ich euch den gerade. Kostet 15 Euro minus 10 Prozent. So, dahinter ist nochmal dieses große Playmobil-Fußballspiel zum Mitnehmen. Ja, steht jetzt da. Vielleicht hat ja jetzt jemand dran Interesse. Hier unten Puppenwagen. Weil die Kleinen, die noch nicht lesen können, die wollen ja auch beschäftigt werden. Wir haben einmal den. Auch da gehen natürlich 10 Prozent ab. Dann haben wir diesen schönen Holzpuppenwagen von Pinolino. Ich habe heute mal geguckt. Der kostet übrigens 99 Euro. Habe ich gesehen. Bei uns 45 minus 10 Prozent. Und direkt daneben dieser süße Lauf-Lernwagen von Verbo D. Für 27 Euro minus 10 Prozent. Jo, mit allen möglichen Sachen eben. So. Was haben wir noch? Hier macht das Geräusche. Ja, ganz wichtig. Ein Ausgraf. So. Dann Spiele. Einmal Smartcard. Drei bis acht Jahre. Ganz wichtig. Einfach bis hinfiegt. Ein Spieler. Heißt, Kinder können das alleine spielen. Ja. Gut. Während die Eltern natürlich arbeiten müssen. Also, fand ich ganz witzig. Deswegen habe ich es jetzt mal dazugestellt. Dann gibt es Light Stacks. Das sind irgendwie ab zwei. Die baut man dann zusammen. Und dann kann man lustige Lichtersachen machen. Spitzpass auf. Klassiker. Finde ich einfach schön. Gab es immer schon. Da überall, wie gesagt, minus 10 Prozent. Stapelstein. Babel hat ein Spielgutsiegel. Wo ist es denn? Hier. Ebenfalls minus 10 Prozent. So, jetzt kommt noch so ein bisschen was eher für größere Kinder. Einmal Triops-Welt. Leben aus der Urzeit. Kostet 17 minus 10 Prozent. Dann haben wir Cosmocado. Sieht auch so aus. Wird das Spaß machen. Ist für Kinder ab fünf. Ab zwei Spielern. Dann Kristalle züchten. Gehört also auch. Cosmos Verlag hat das rausgebracht. Also so ein bisschen was, ne? Wo man halt länger vielleicht beschäftigt ist. Zumindest eine Videokonferenz lang. 15 Euro minus 10 Prozent. Daneben ein TipToy Starter Set mit Stift und Spielen. Und zwar original verpackt. Da ist noch die Folie drumherum. Ich würde mal sagen, machen wir mal 39 Euro draus. So. Dann gibt es Pie Face. Da braucht man auch zwei für. Ja, also macht bestimmt Spaß. Man muss danach gegebenenfalls durchwischen. Dann gibt es noch Der unendliche Fluss. Das ist für Kinder ab sechs. Das sind irgendwie, glaube ich, eher so ein bisschen anspruchsvollere Spiele. Ebenso Isle of Sky. Vom Häuptling zum König. Kennerspiel des Jahres 2016. Ist ab acht. Und ebenfalls drei Magier, heißt hier der Verlag. Von denen ist auch Geistertreppe noch original verpackt und unbespielt. Überall gehen zehn Prozent ab. Dann gibt es noch Optische Illusionen. 100 visuelle Rätsel und Täuschungen. Finde ich, klingt spannend. Und noch so ein paar Kleinigkeiten. Quirkel. Lotti Karotti haben wir. Und zwar zweimal. Zweimal da. Ja, noch Schatzsuche. Verflixt, kompakt, ab acht. Also auch eher für ein bisschen größere Kinder. Und der kleine Eisbär und das Schollenhopsen. So. Das habe ich eben an Spielen hier mal vorbereitet und hingestellt. Wenn euch da was gefällt, dann meldet euch sehr gerne per WhatsApp. Puh. So. Warten wir mal jetzt. Was wollen wir sehen? Also wie ihr vielleicht aus den Videos, die ich jetzt irgendwie immer hochlade auf Facebook, ja schon gesehen habt, habe ich immer Sachen zusammengestellt von einem Schrank. Ich habe die Sachen natürlich hier stehen. Ich habe hier einen Ständer mit 134, 140, 122, 128 und 116. Ich kann die jetzt mal durchgehen. Ich kann aber auch nochmal zeigen, weil das im Spiel zurück Regal gibt. Wobei, das haben wir letzte Woche, glaube ich, erst gemacht. Haben wir, glaube ich, letzte Woche erst gemacht? Ja. Und ich könnte natürlich auch erst mal nach vorne gehen. Dann mache ich das doch. Ich zeige euch mal, was von Kids Depot noch da ist. Und wenn ihr irgendwie was Spezielles sehen wollt, dann kommentiert gerne drunter. Und dann versuche ich das irgendwie, ja, umzusetzen. Genau. Da steht auch noch ein Ständer in Größe 98, 104. Hätte ich also auch noch vorbereitet. Da im Hintergrund steht alles. Bevor jetzt hier jemand nach Handschuhen fragt oder nach Schneeanzügen. Ja, die hätte ich diese Woche sehr oft verkaufen können. Letzte Woche auch schon. War aber leider nicht. Ist leider quasi nichts mehr da. Wir haben noch einen superschönen Schneeanzug von Legoware. Der hängt hier. Also ich verstehe nicht, ehrlich gesagt, warum der nicht gekauft wird. Da sind Handschuhe mit dabei. Die muss man normalerweise extra kaufen. Der ist in einem ausgesprochen guten Zustand. Der hat Größe 92, 64, 90. Aber auch da gehen die 20 Prozent ab. Bedeutet, 13 Euro gehen da runter. Dann sind wir noch bei 52. Also ich finde dafür sowieso. Also Jacken haben wir auch noch jede Menge. Falls da noch jemand was sucht. Ich wäre mal froh, die ganzen Jacken. Oh Gott, auch so Westchen hier. Ich dachte wirklich, die werden gekauft. So ärmellose kleine Westchen. Das hier ist alles Größe. Ja, ich glaube 74, 80 oder so. Ja, Matschhosen sehe ich gerade. Hängen hier auch noch ein paar. Da und da ist noch eine. Müsste eigentlich auch Größe so 74, 80 sein. Da ist auch eine gefütterte dabei. Oder? Genau. Hier die von Chibo. Genau. Wir haben leider mal wieder mehr Mädchensachen als Jungsachen. Da wurde viel nach Jungsachen gefragt. Aber leider, ja, waren die schnell verkauft. Beziehungsweise bekomme ich da nicht so viel rein. So, ich schwenke euch jetzt hier mal durch. Ich fange hier vorne an. Kameraführung wieder 1A. Dann könnt ihr erst mal gucken, was dazu gibt. Und was an Teppichen und so eben reingekommen ist. Beziehungsweise was noch da ist. Da kommt ja diese Woche eben nochmal eine neue Lieferung. Und nächste Woche auch. So, wieso, weshalb, warum Bücher habe ich eben gezeigt. Ganz am Anfang. Du kannst im Nachgang dann nochmal zurückspulen im Live-Video. Vielleicht auch jetzt schon. Also, nicht mich. Also doch, du kannst zurückspulen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Und wenn du eine Matschhose für Größe 92 für Mädchen haben, wir, glaube ich, nein. Keine Matschhose sind 92 mehr da. Aber so spezielle Anfragen. Ich suche eine Matschhose Größe XY für Geschlecht. Gerne eine WhatsApp schicken. Sowas kann ich immer sehr, sehr schnell beantworten. Dann renne ich zum Ständer. Gucke einmal, ob es da ist oder nicht. Und dann bin ich auch schon fertig. Generell, wenn ihr mir Anfragen schickt, schreibt doch gerne immer rein, Mädchen oder Junge. Größe, Marke, Farbe. Weil dann fällt es mir natürlich leichter, für euch rauszusuchen, was ihr gerne hättet. Wenn mir jemand schreibt, Hallo, hast du Long Sleeves? Ja. Fehlt mir so ein bisschen Information. Dann muss ich nochmal zurückschreiben. Dann muss ich wieder warten, bis derjenige antwortet. Und dann können wir das Ganze beschleunigen. Wenn ihr also, je mehr Infos ihr mir schickt, was ihr wirklich genau sucht, desto einfacher ist es für mich, euch das beste Produkt rauszusuchen. Eben und wieder ein Argument für den Online-Shop. Guck mal. So, kommen noch welche von den kleinen Körben. Morgen kommen kleine Körbe, und zwar die zum Hängen. Diese einzelnen, die kommen. Die Corbo 2er-Sets sind momentan sehr schwer lieferbar. Ich glaube, die kommen erst im März. Dafür habe ich aber Körbe auch bestellt, die wir hier noch nicht hatten. Mit so einem Pompom dran zum Beispiel, mit so einem Puffel-Ding. Die kommen diese oder nächste Woche, glaube ich. Also ich zeige euch auf jeden Fall in der Story, was es da Neues gibt. Und ja, freue mich auch immer drauf, wenn ich hier viel Auswahl für euch habe. So, ich drehe jetzt nochmal rum. Dann könnt ihr schon mal die Teppiche sehen. Den da unten, diesen wunderschönen, flauschigen Teppich, den gibt es so in bunt. Und auch, genauso groß, liegt aber da oben in schwarz-weiß. Ebenso in schwarz-weiß. Hier unten, die Welt. Die ist noch da. Von dieser Pflanze haben wir noch ein paar. Die sieht so aus. Die gibt es mit ähnlichen Blättern. Die zeige ich euch gleich. Ich liebe diese Pflanzen. Die Hängepflanzen habe ich auch nochmal nachbestellt, weil es ist was Grünes im Zimmer, aber man kann keine Erde verschlucken und Blätter essen geht auch nicht. Und man muss auch nicht den Giftnotruf rufen oder sonst irgendwas. Also man hat was Grünes und es ist trotzdem, ja, es sieht halt einfach hübsch aus. Von den beiden Körben habe ich, glaube ich, auch nur noch die beiden. Das sind die letzten da. Ich weiß auch nicht genau, wann die kommen. Dann ist jetzt neu reingekommen dieser Hocker in Grau. Der ist ja ein bisschen höher als der in Sea Green heißt die Farbe. Und den gibt es in Sea Green und in Rosa. Dahinter seht ihr nochmal die Tafel von Bloomingville. Die kostet eigentlich 64,90. Habe ich auf 59 reduziert. Und da gehen dann nochmal 10% jetzt ab. Das mache ich da einfach. Der ist neu reingekommen. Den Teppich gibt es als Stern und als Mond. Der Mond liegt in einer anderen Ecke. Zeige ich euch gleich. Ich hätte nicht gedacht, dass die so klein sind. Die kosten eigentlich 69 Euro. Ich gebe die jetzt für 45 Euro raus. Dann sind sie weg. Weil ehrlich gesagt, habe ich mir die ein bisschen größer vorgestellt. Ist auch, meine ich, noch einmal der Stern da und zweimal der Mond. Die Dreier-Sets gibt es noch in braun und in hell. Dann haben wir noch einmal das Zweier-Set mit den kleinen braunen Körben. Genau. Und daneben ist nämlich die andere Pflanze. Da sehen die Blätter so aus Monstera ist das, glaube ich. Genau. Da ist noch so ein kleines Stühlchen in Gold am Tisch. Den Tisch könnt ihr natürlich auch kaufen. und dazu gibt es dann zum Beispiel diesen schwarzen Stuhl. So, die Teppiche sind neu, die hier unten liegen. Gibt es in drei verschiedenen Farben. Größe ist immer 80 mal 1,50 meine ich. Das ist halt wieder so ein natürliches Material. Also relativ schmutzunempfindlich. Kann einfach abgestaubt werden und gibt es eben unten mit den drei Farben. Eure beiden, ich würde fast sagen Lieblinge, die habt ihr schon oft gekauft. Beide rund. Einmal den Smile und eben diesen Jute-Teppich in rund. So. Habe ich hier alles? Ich muss immer gucken. Neu reingekommen ist der. Der ist auch eher, ja, ich würde sagen, eher ein widerstandsfähiges Material. Passt also gut in die Küche oder in den Flur. Kann natürlich auch drauf gespielt werden, klar. Gefällt mir halt ganz gut vom Muster. So, dass hier neue reingekommen sind, habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Da oben hängen noch zwei Vögel. Die beiden Modelle gibt es gerade noch. Die sind aus Filz. Dann gibt es diese Wandteller. Noch ein Bild. Das habe ich jetzt mal hier vorne hingehackt. Das hing nämlich hinten. Da machen wir auch mal 10% drauf. Die sind von der Künstlerin aus Hermeskai. Davon habe ich noch zwei im Laden. Ja, Schaukelstuhl. Mit denen habt ihr das irgendwie nicht. Egal, wie weit ich die reduziere. Irgendwie schade, weil ich finde die so süß. Gibt es eben in Grau und eben in diesem Petrol. So, wie viel kostet der Teppich? Wie viel der Teppich kostet? Den letzten, den du gezeigt hast. Konstanze. So, der kostet 79,95 Euro. 80 mal 1,50 Euro. Und auch da gehen natürlich nochmal jetzt 10% ab, weil wir hier im Winter Sales sind und weil zu ist. Und ja, weil ich mich auch freue, wenn ihr euch freut. Was haben wir noch? Hier unten liegt jetzt der Mond. Das ist das Pendant zu dem Stern, den ich eben gezeigt habe. Der lag eigentlich daneben, der Stern, aber den habe ich verkauft. Das ist der Mond. Und die beiden Teppiche sind auch neu. Einmal in Ocker und einmal in einem Rosa. Kosten 34,95 Euro. Minus 20%. Der Schaukelstuhl kostet 99, aber auch da gehen natürlich die 10% ab. Ihr Lieben, da ist noch ein anderes Bild, eben auch von der Bianca. Das Regal ist das letzte. Das ist nur das Ausstellungsstück, was da ist. Kommt auch nicht mehr rein. Kostet, ist reduziert, kostet 34,90 Euro. Übrigens kann man diesen Bambusständer hier auch kaufen. Also der ist von Plumingville. Das ist eine Garderobe. Eine kleine Garderobe aus Bambus. Sieht so aus. Unten kann man Schuhe draufstellen, von beiden Seiten. Also halt für Kinder gemacht, also eher Kinderschuhe. Und ja, so sieht das aus. Sind das Drucke? Keine Ahnung. Was heißt denn Drucke? Für mich ist das einfach ein Poster. Das sind Poster von Anna. Und das sind die in A2 für 39 Euro. Die sind sehr groß. Gibt es als Löwen. Gibt es auch hier oben. Diese schöne mit den ganz vielen lustigen, bunten Tieren drauf. Und gibt es zum Beispiel auch als Hase mit Kind. Das reflektiert immer so von oben an der Decke, weil da noch eine Folie drüber ist. Ja. Was haben wir noch? Ich hoffe, ich habe alles. Irgendwann falle ich wahrscheinlich mal live in einem Video rückwärts irgendwo um. Und da steht noch das letzte Puppenhaus. Ihr Lieben, da ist ein bisschen dekoriert. Da stehen noch die Zweierkörbe. Die sind noch einmal da. Ja. Ich würde sagen, das ist es. Was ist mir denn so heiß? Was habe ich denn so rote Ohren auf einmal? Was denn jetzt? Das werden doch nicht die Wechseljahre sein. Geil. So. Ich schalte noch mal schnell um hier auf Blick nach vorne. Damit ihr seht, wie es hier aussieht. Mitte sind natürlich die Bücher. Ja. Auch da gibt es natürlich einiges. Babyspielzeug haben wir auch viel. Die wunderschöne Kinderküche ist immer noch da. Auch da gehen. Also die habe ich ja schon reduziert. Von 125 auf 115. Ich sage mal. Ja, was sage ich denn? Also 10 Prozent gehe ich dann noch mal runter. Ja. Kann man doch mal machen, ne? So. Was haben wir denn noch? Ah, Barbie und Spielsachen. Jemand wollte Spielsachen sehen, gell? Dann mache ich hier gerade mit den Spielsachen weiter. Wir haben eine Elsa Barbie reingekriegt. Witzig, oder? Und irgendwie hat die noch so ein Pullover-Schienen hier liegen. Ah, nee. Das ist für eine andere Barbie. Das ist ein Barbie-Pulli. Und das ist eine Elsa Barbie. Da ist noch ein Föhn, der wirklich Geräusche macht. Oh ja. Und ein bisschen Luft merke ich gerade. Ui, das ist gut für meine Ohren. Vielleicht ist die dann nicht mehr so heiß. Ja, das haben wir eben noch an Puppen. Schade eigentlich, dass der nicht verkauft wurde. Ich finde das so cool, dass es mal eine Zapfpuppe, also ein Baby Born, als Jungen gibt. Auch da gehen natürlich die 10% ab. Das ist ein Puppenstuhl mit Tisch. Ja, also guckt. Würde mich freuen, wenn sich auch aus der Ecke noch was findet, was euch gefällt und was eben dann ein neues Zuhause findet. noch ein paar von den Sterntaler-Puppen. Handpuppen sind das, Kasperle-Puppen. Ich weiß genau, ich gehe jetzt hier rum und nachher denke ich, oh, hätte ich mal bloß alles gezeigt. Naja, und das hier ist der Ständer 8904. Diese süße Jacke von Nono zum Beispiel, die habe ich gestern gar nicht gesehen. Also Bekleidung minus 20%. Ebenso der Tier, Surgeon Major, huch ja, und schon zack weg. Das ist ein Lombschöp mit Blumen, das ist kocht. Finde ich auch total süß und weiß nicht, warum es bis jetzt noch keiner gekauft hat. Vielleicht hat man es einfach nicht gesehen oben im Schrank. Das ändere ich jetzt eben. Das sind dann Mädchensachen, ja, oder jetzt hier, hallo, Entschuldigung, aber das ist ja wohl ein Traum. Von Ralf Lorrain. 39, minus 20%. Mega süß. Mega, mega süß. Wenn Jale nicht schon so viele Kleider hätte. Ach, ich möchte euch ja auch noch was übrig lassen. So, hinten hängen Jungs-Pullis. Das ist alles, glaube ich, Größe 104. Mal was mit Dino. Größe 104. Da auch noch ein Dino. Wie süß, wenn der Kopf dann da drüber ist. Also, wenn ihr mehrere Infos haben wollt, dann schickt mir einfach eine WhatsApp und dann melde ich mich bei euch. Da ist auch noch was mit Dino und mit Skaten. Das ist bei den Jungs doch immer ganz hoch im Kurs. So, was kostet der Junge, fragt jemand. Also, die Puppe kostet 19 Euro und der hat sogar seine Flasche dabei. Und da gehen nochmal 10% ab. Du hättest auch gern Neues zu Hause. Ja, ich fühl mich so alleine hier. Nur Mädels um mich rum. Ja, also, vielleicht gibt es ja einen Jungen oder natürlich auch ein Mädchen, das sich darüber freut und das ein bisschen Gesellschaft irgendwie dem kleinen Herren bringt. So, jetzt fragt die Cornelia, habt ihr Deckenlampen fürs Kinderzimmer? Natürlich haben wir Deckenlampen fürs Kinderzimmer. Also, nicht wir direkt, aber Kids Depot. Und die bestelle ich dir sehr, sehr gerne. Kids Depot hat ein unglaublich großes Repertoire an verschiedenen Lampen. Die haben auch ganz viele neue in der neuen Kollektion rausgebracht, aus natürlichen Materialien. Dann gibt es welche aus Metall, dann gibt es so diese bekannten mit dem Schirm, aber einfarbig und nicht sehr wild gemustert. Ich bin ja mehr so der, also mir sind die Sachen immer zu, also wisst ihr ja, lebensbejahend, also ich habe hier mehr, ne, kannst du sehr, sehr gerne mir schreiben, was du gerne hättest beziehungsweise im Katalog schauen, wenn du was abholen kommst vorne an der Tür und dann bestelle ich die dir sehr gerne mit. Vielleicht dann sogar schon für nächste Woche. Wenn sie auf Lager ist, aber auch die Verfügbarkeit kann ich da sehr gerne prüfen. Es ist sowieso immer so, wenn ihr gern was hättet von Kids Depot, ich bestelle euch das. Gar kein Problem. Ihr könnt, ja, sagt mir, was ihr wollt, ich gucke, ob es da ist und wann es kommt und was es kostet und dann bestelle ich euch das ganz unverbindlich mit. Das heißt, wenn euch die Produkte nicht gefallen, die ihr da bestellt habt, ist das gar kein Problem, dann nehme ich die einfach zu mir in den Laden und dann hoffe ich, dass jemand anderes kommt und sich darüber freut. So, jetzt gibt es was für Reitermädels in 134. Habe ich da nicht eben heute zwei T-Shirts gezeigt? Ich weiß es nicht mehr genau. Stiefel in Größe 25 sind einige da. Jasmin, melde dich bitte einfach kurz bei WhatsApp im Nachgang an die Sendung. Schicke ich dir dann ein Foto. Ich habe die Stiefel nämlich alle hinten aufgebaut und kann dir ganz einfach ein Foto schicken und dann kannst du gucken. So, jetzt gehe ich noch schnell 116. Ich habe da mal was vorbereitet. Also, das ist 116. dann gehen wir das doch mal gerade durch und gucken, was es da gibt. Denkt immer dran, minus 20 Prozent. Wie so ein Mantra. Wenn ihr nachts aufwacht, Kindergarten, minus 20 Prozent. Ja, Gott sei Dank, der muss ich sofort schreiben. Genau so. Das sollte euch in die Träume verfolgen, damit ihr auch denkt, hier ist alles reduziert und ihr kauft es bei uns und bitte nicht in Luxemburg, weil da jetzt die Geschäfte wieder aufhaben, Leute. Also, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Weder rettet das meinen Laden, noch ist das nachhaltig, noch tut das hier irgendwas, um das Infektionsgeschehen im Rahmen zu halten. Bleibt mal schön hier in Trier. Das geht im Einzelhandel ja noch schlechter, wenn jetzt alle direkt hier die nächste Chance ergreifen und rüber in Ländchen fahren und denen da die Fallzahlen in die Höhe treiben und uns hier den Umsatz in den Minus. Also, bitte. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich versuche wirklich, eure Wünsche zu erfüllen und ich hoffe, dass irgendwie für jeden was dabei ist. Shop-Loke. Bei mir, bei meinen Kollegen, ich weiß echt von vielen Kollegen, die sich hier den Allerwertesten wirklich bemühen, dass wir auch die Ware loswerden. Denn es ist ja tatsächlich so, die Wintersaison endet im Einzelhandel, Ende des Monats. Und die Ware muss raus. Also, bei mir ist es so, ich kann ja die Sachen immer noch zurückgeben, weil es Kommissionsware ist, aber dann habe ich natürlich auch kein Geld verdient und das ist eher schlecht. Bei den anderen ist es natürlich auch so, die müssen irgendwie gucken, dass die ihre Winterware loswerden, weil was soll man denn machen? Einlagern für nächstes Jahr ist eher schlecht, weil im nächsten Jahr ist das, was jetzt gerade modern ist, nicht mehr modern. Also, die Kollegen, die das anbieten und die sagen, wir stellen die Sachen online, wir zeigen die auf Facebook und Instagram oder ruft uns an oder was auch immer, kauft was. Bitte. Das ist jetzt wirklich ja auch Sale und es ist gerade nicht einfach und gemeinsam schaffen wir das. So, weiter im Text, Größe 116. Also, ist es nicht süß? Scotch und Soda. So, ein süßes Jäckchen. Da kann man auch schon mal an Frühjahr denken, weil das ist nämlich kein Wintermantel, das ist mehr so ein, so eine Collegejacke, würde ich sagen. Ach, ist das süß. Ah, was süß. Ja, so, dann haben wir zwei Westchen, auch eher was für den Frühling, für den Frühling, für den Frühjahr von Kati Mini, sind so ein bisschen abgesetzt, zweimal gibt's die. Dann haben wir eine Hose von, weiß ich nicht, aber das ist so ganz feiner kocht. Wow, Kameraführung wieder 1A. Alles 116, wird hier hängt und alles minus 20%. Hier unten auf dieser gefütterten Leggings sind kleine Pferde drauf. Die ist von Bob der Bär. Das ist ein Rolli, wie man so schön sagt, von Kati Mini. Dann noch ein gestrickter Pulli, auch da minus 20%. Der hat so Gummibänder hier vorne, dass die Ärmelchen noch nicht hochrutschen. Dann gibt's von KitKit dieses interessante Frottee-Kleid. Für einfach so oder für nach dem Duschen, aber auf jeden Fall bestimmt sehr gemütlich. Ja, ebenso gemütlich ist dieses kuschelige Kleid von Jaco Oh. Wenn die Kinder eh daheim sind, hier ein Outfit für 24 Stunden. Kann man drin schlafen, kann man drin spielen, kann man drin essen, kann man was für später einpacken. Fantastisch. Ist doch wirklich, ist doch mal eine Produktempfehlung hier. Und das nachher für 8 Euro. Dann gibt's ein Dirndl. Sehr süß. Von Bärwolf. Ist wahrscheinlich ein deutsches Label. Auch da gehen natürlich 20% ab. Und irgendwann, wie gesagt, kommt ja auch der Frühling. So, das ist ein Zweier-Set von Boboli. Ein Kleidchen mit Blümchen und dazugehöriger Leggings. Ein Hoodie von Scotch & Soda. Finde ich super cool. Vor allem hier vorne mit diesem Reißverschluss. Der sieht so aus. So, dann, jetzt was für die Jungs. Ein Hemd von Pepe. Damit man beim Online-Unterricht auch zumindest obenrum so aussieht, als würde man zuhören. So ein Hemd, das ist gar nicht so schlecht für die mündliche Note vielleicht. Und auch eine Brille anziehen. Was haben wir noch? Eine Wende-Weste von Napa Piri. Das heißt, auf der anderen Seite sieht die anders aus. Ja, müsste man nochmal umdrehen und dann Fotos schicken per WhatsApp, wenn jemand Interesse hat. Eine Strick-Weste von Kathi Mini für einen Jungen. Dann gibt es von Kevin Klein ein Sweatshirt. Ist das Jungs oder Mädchen? Vielleicht ist das mir dazwischen gerutscht. Das ist auf jeden Fall Mädchen, weil das ist nämlich ein Rock. Oh, das ist auch Mädchen. Ein Sweatshirt von Babyface. Das ist ein dänisches Label. Minimo. Minus 20%. So, was haben wir noch? Ein Long-Shirt von Kathi Mini. Was ist denn jetzt hier los? Ich dachte, hier wären jetzt Jungs-Sachen hinten. Dann gibt es diese Hose von IKKS, eine Jeans. Minus 20%. So, jetzt aber. Ein Pullover von Jaccardi. Der ist auf jeden Fall warm. Gut für die Temperaturen. Dann haben wir einen Pulli von Name It. Play All Day. Dann haben wir von Esprit Play All Day. Play and Study All Day. Wie auch immer. Dann gibt es noch diesen Cardigan. Ein Long-Shirt. Den Pulli. Uppala. Ein Sweatshirt von Scott Shrunk. Jetzt bräuche ich die Mutter. Aber die höre ich im Hintergrund nur Oh, my you machen. Also ist sie gerade sehr beschäftigt. Und nix. Alles gut. Und den Pulli von Tom Taylor. So. Das alles ist Größe 116. 110 habe ich hier hochgehangen. Das war, habe ich vorher alles gezeigt. Und zwar in einem kleinen Video auf Facebook in drei Minuten aus dem Laden. Größe 110. Da seht ihr dann die ganzen Sachen, die jetzt hier oben so unsortiert beziehungsweise schlecht zu sehen hängen. Jo, ich meine das Ganze könnten wir jetzt auch noch machen mit 122, 128. Mutter, wie viel Uhr? Keine Ahnung. Was machst du denn da? Die letzten fünf. Tret dich mal rum. Die letzten fünf. Wahnsinn. Wahnsinn. Kannst du auch damit jonglieren? Ja, ich schmeiße gleich mal rum. So, 122, 128. Da gibt es auch ein Video auf unserer Facebook-Seite. Allerdings sind da so ein, zwei Teile dabei, die auf dem Video nicht zu sehen sind. Das ist auch so unscharf hier wieder alles, was ich hier filme. Ich glaube wirklich, ich brauche ein neues Handy. Etche, wenn du das siehst, ich brauche ein neues Handy. Zaunpfahl. Bong, bong, bong. So, ähm, ja. Süß. Was ist denn das? Gokko. Schön, schön. Ihr Lieben, also dieses Video, wie gesagt, das gibt es eigentlich auf unserer Facebook-Seite. Dann machen wir das nid. Nochmal. Ah, noch was von Frozen. Passend zur Barbie. Original Etikett. Ungetragen für 7 Euro minus 20 Prozent. Na, wenn da keine Mädchenherzen jetzt am Bildschirm höher schlagen. von Scotch. Ein Long Shirt. Hier hängt eh viel zu viel dran, um euch das alles zu zeigen. Sonst fällt das mir runter. Ich spule mal ein bisschen vor zu den Jungs Sachen, damit das hier auch alles ein bisschen ausgeglichen ist. Ein Pullunder von Riverwoods. Also ist das so unscharf hier auf einmal? Seht ihr noch was? Oder hört ihr mich nur? Guess. Tommy Hilfiger. Wat war mit? Ein Jakari-Pullover aus Wolle. Ein Long Shirt. Das ist für Mädchen oder Jungs. Ich weiß es nicht genau. Und noch zwei Hemden. So. Was sagt die Uhr, Mutter? Was sagt denn die Uhr? Ich verplappere mich hier wieder. Also Vöde für acht. Oh, geht ja. Erst fünf Minuten permanent am Reden. Ich glaube, ich trinke mal einen Schluck. Und ich habe ja gesagt, es gibt heute keinen Sekt. Ah. Ich habe da Bier. Ja, das ist Bier. Oh, oh. Bier ist mein Lieblingsgetränk, falls man das nicht wusste. Pizza und Bier. Deswegen macht es vielleicht doch wirklich Sinn, dass wir einen Lieferservice, hoppala, einen Lieferservice einführen und ich mehr Fahrrad fahre. Oh ja, oh ja. Aber ohne Strom, ne? So richtig. Wie jetzt ohne Strom? Also normales Fahrrad, bitte. Und wie soll ich dann Sachen liefern außerhalb der Saarstraße? Ja, indem du mal richtig in die Quedale trittst, ne? Dann geht Bäuschlein weg, der Hintern wird kleiner. Alles wunderbar. Was denn für ein Bäuschlein? Geht's noch? Unmöglich, unmöglich. Die steht hier hinter den Paketen. Man sieht nichts von ihr, außer hat einen Kopf und die will mir hier irgendwas erzählen von wegen, äh, Bäuschlein geht weg. Mutter. Also wirklich. Du musst ja gerade was sagen. Du machst ja auch keinen Sport momentan. Ich kann morgen laufen, zehn Kilometer. So. Und was ist mit den Weihnachtsfunden von letzter Woche? Die gehen langsam weg. Aha. Ja. So. Die gehen bei dir weg und ich hab die erst gar nicht geholt. Deswegen müssen sie erst gar nicht weggehen. So ist das hier nämlich. Außerdem brauche ich Kraftreserven, um das hier alles zu überstehen. Was hat man da? War doch nur ein Scherz. Mein Gott. Ich bin aber auch wieder empfindlich, gell, Mutter? Ähm, ich würd sagen, ich hab alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich schwenk jetzt noch einmal über die Schuhe und dann bin ich raus hier. Dann habt ihr es wieder geschafft. Und dann guck ich mal, was ihr mir geschrieben habt per WhatsApp. Also, ich hab die Schuhe sortiert. Du hast kein Bäuschlein, das hab ich bei Hochstädter gesehen. So. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, es gibt Leute, die kennen mich auch vielleicht wenig bekleidet aus der Umkleide. Wieso hast du das bei Hochstädter gesehen? Arbeitest du da? Ich hoffe doch. Oder renne ich da unbekleidet durch die Gegens? Schwach ist übrigens auch eine sehr schöne Farbe für alles. Ist übrigens auch von Hochstädter. Werbung der Markenerkennung, beides übrigens. Ja, Support Your Local. Ich mach das nämlich. Und die haben es nämlich jetzt auch nicht leicht, weil die müssen nämlich auch gucken, dass sie ihre Winterware an Mann kriegen. Wo wir wieder beim Thema Selfcare wären. Ihr lieben Mütter, wenn man schon keine Zeit hat, sich die Nägel zu lackieren, dann kann man aber zumindest bei Hochstädter was bestellen. Im Sale. So. Guckt mal. Bei Instagram sind schöne Sachen. Die haben jetzt auch einen kleinen Online-Shop. So. Macht das. Oder bei einem anderen Laden in Trier. Ist ja egal. Also. Jetzt geh ich noch einmal gerade über die Schuhe. Also, ihr seht ja immer die Größe. 20, 21. Na? Das ist ja 22. Ich hab jetzt Winterschuhe und Hausschuhe gemischt. Weil ich mir dachte, wenn man viel daheim... Also, entweder ist man jetzt draußen oder daheim. Also, draußen ist es kalt und drinnen ist es gemütlich. Also brauchen wir einfach Winterschuhe für draußen. Das sind übrigens gefütterte Gummistiefel, die ich sehr süß finde. Also, ich mein, gefüttert. Also, da ist halt so ein bisschen was, ne? Größe 23. Dann Größe 24 haben wir hier. 25. Ich mein, ihr seht das ja. Ihr seht ja, was es hier alles gibt. Wenn es da irgendwas gibt, was ihr gerne näher sehen würdet, dann schickt mir doch einfach eine WhatsApp und ich zeige es euch. Ich mach dann Fotos. Größe 26. Hier hinten sind so richtige Stiefel von Emo, sind die, glaube ich. 26. Die sind von Frodo. Warum die noch nicht gekauft wurden, weiß ich auch nicht so genau. Bei manchen Sachen verstehe ich es wirklich nicht. Und warum die nicht gekauft wurden, weiß ich auch nicht. Die Jungs lieben doch alle Dinos. Dino-Pullover, Dino-Buch, Dino-Spiel, Dino-Füße. Ja, was ist das denn? Und gleichzeitig ein bisschen Staub wischen. Immer schön unter die Kommode, so mit dem kleinen Kinderfüßchen. Dann sind da die Spinnweben auch mal weg. Kann man ja mal nutzen, wenn alle zu Hause sind, würde ich sagen. So, Größe 28. Größe 29. Schlittschuhe. Warum hat die eigentlich noch keiner gekauft? Größe 30. So Lederpushen und so was gibt es also auch in größeren Größen. Dann ist 31 und 32. Und das hier meine ich auch 32, 32. Und dann gibt noch die von Living Kidsbühl 35. 35 und auch auf alle Schuhe natürlich minus 20 Prozent. Und jetzt kam noch die Frage, ob es Cookies gibt. Na klar gibt es Cookies. Ihr könnt die ganz einfach in der praktischen Sechser-Geschenkbox kaufen, bestellen und abholen kommen. Oreo. Das sind Snickers. Sehr lecker. Also nicht, dass ich davon ab und zu mal eins essen würde. Nein, natürlich nicht. Ja. Und hier drin sind noch Double Shock Espresso. Hoppala. Müslikekse. Und da unten drunter sind Pekanuss-weiße Schokolade. Also, natürlich gibt es auch Cookies, so lecker wie immer. Von der lieben Christina. Oh, my you. Ihr könnt doch an die Tür kommen und sagen, hallo, ich hätte gern Cookies und dann packe ich euch die gerade. Ist auch kein Problem. Muss man nicht unbedingt vorbestellen. So. War noch was? Wollt ihr noch was loswerden? Habe ich hier irgendwelche Kommentare überlesen? Wahrscheinlich, wie immer. Ja. Das sind viele Kommentare. Ich gucke so schäle da nach unten. Das liegt daran, weil ich versuche, die Kommentare zu lesen. Also, wenn ihr irgendwas wissen möchtet und ich habe es eben nicht gesagt, nicht erwähnt und beantwortet, wie auch immer, dann schickt mir einfach eine WhatsApp an 0651 1-5-6-1-2-7-6-8-9. Ich würde wirklich mal gerne wissen, warum meine Ohren so heiß sind. Krass. Mega unangenehm. Gott sei Dank habe ich die Haare auf. Dann möchte jemand Hosen in Größe 110 mit vier Fragezeichen. Ja, ich glaube, wir haben Hosen in Größe 110, aber nicht besonders viel. Auch da bitte wissen, Mädchen oder Junge, spezielle Marken, was auch immer, und bitte per WhatsApp melden, dann kann ich ganz schnell gleich zum Schrank laufen und gucken. Und deswegen lege ich jetzt auf. Mutter und ich haben uns heute Abend wenig zu sagen. Die ist nämlich sehr beschäftigt und ich versuche, euch hier möglichst viel zu zeigen. Danke für eure Unterstützung. Danke fürs Zuschauen. Ihr seht mich öfter, als euch lieb ist, und zwar fast täglich in der Story oder eben auf der Seite mit den kurzen drei Minuten aus dem Laden-Videos. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn die Lieferung von Kitsipo da ist. Ich informiere euch, wenn Petit Tapie, nein, Tapie Petit, die ersten Teppiche geliefert hat. Und wenn es mit dem Online-Shop soweit ist, natürlich auch. Macht's gut. Atmet ab und zu mal tief durch. Gönnt euch eine kleine Auszeit. Mache ich auch. Auf dem Klo oder so. Ja, oder einfach mal halt. Eine Haarkur mal einwirken lassen, die Nägel lackieren, ein Bad nehmen, ein Buch lesen. Das kann man unter den Eltern ja auch aufteilen oder unter wem auch immer, dass jeder einfach mal ein bisschen Zeit für sich hat, um mal zu verschnaufen. Oder einfach nach dem Einkaufen ein paar Minuten länger im Auto sitzen bleiben. Manchmal hilft schon das. Macht's gut, ihr Lieben. Schön, dass es euch gibt. Und bis ganz bald.